Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im MEC, dem Museum für Energiegeschichten in Hannover. Ich bin Ralf Baumgarten, der Museumsleiter, und freue mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ich lade Sie ein auf eine virtuelle Reise durch die letzten 150 Jahre der Energiegeschichte und hoffe, dass Sie auf spannende Geschichten treffen werden. Ich lade Sie ein, sich unsere Videoclips anzuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis gleich!